Das Leben auf unserem Planeten befindet sich im Wandel, die Menschheit und die Erde befindet sich im Aufstieg und auch unser Bewusstsein befindet sich im Aufstieg. Und die Spiritualität erfährt somit auch eine ganz neue Daseinsberechtigung, nämlich die Verantwortung, die wir selbst jetzt auf uns nehmen und selber tragen, in welchem Maß wir Bewusstheit erlangen. Und diese Podcast-Folge ist eben eine von sieben, ist die dritte Podcast-Folge von sieben, die dir aufzeigen soll, in welchen relevanten Bereichen deines Lebens, deines Seins, unser Bewusstsein nun eine tiefgründige Transformation anstrebt. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, dass wir mehr Aufmerksamkeit, mehr Bewusstheit dort hineinlegen, was wir als uns selbst wertschätzen nennen. Und es geht so viel tiefer, als wir vielleicht auf den ersten Blick meinen. Und warum dieses die heftigste Transformation ist, die wir als Menschen bisher erleben durften in unserer Bewusstheit, das erfährst du in dieser Folge. Ich teile am Ende dieser Folge auch noch eine ganz tolle Übung mit dir, wie du in zwei Minuten dein Selbstwertgefühl, deine Selbstwertschätzung steigern kannst. Lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende dabei zu bleiben. Erstmal herzlich willkommen hier zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Seinspotential-Coach, Bewusstseins-Trainerin, Business-Mentorin. Das ist meine Passion und dieser Podcast ist einer meiner Wirkungsbereiche, die ich unglaublich liebe und schön, dass du dir die Zeit nimmst und dir diese Folge hier anhörst. Bevor wir loslegen, möchte ich dich zu etwas ganz Tollem einladen. Denn am 28.11. da gebe ich wieder eine Seinspotential-Live-Show und das passt so toll zu der heutigen Folge. Am 28.11. um 11 Uhr vormittags, circa zwei Stunden, schauen wir genau bei dir hin, warum stehst du da, wo du stehst. Wir erarbeiten eine Strategie, wie du in deine Selbstwertschätzung kommst, in dein Selbstbewusstsein, in deine Selbstannahme kommst. Und vor allen Dingen ist dies auch unglaublich spannend für all die Menschen, die endlich in die Umsetzung ihrer Träume kommen wollen. Denn das Thema Umsetzung der Dinge, die wir uns vorgenommen haben und Selbstannahme und Selbstwertschätzung, das hängt interessanterweise ganz eng miteinander zusammen. Spannend ist diese Live-Show natürlich auch für alle Unternehmer, Unternehmerinnen, Coaches, Berater, spirituelle Berater, Therapeuten. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, oder die, die es werden wollen. Ja, also super spannend, bist herzlich eingeladen. Melde dich am besten direkt heute noch an. Es wird keine Aufzeichnung geben, sondern das ist eine Online-Live-Veranstaltung. Die, die dabei sind, die sind dabei. So, also schauen wir uns an, warum ist das jetzt so wichtig, dass wir uns diesem Thema nähern und zwar sehr bewusst nähern. Denn wir alle tragen in uns und um uns abgespaltene Teile von uns. Und das ist entstanden aufgrund von tiefen Verletzungen, von Alleingelassen-Wordensein, von irgendeiner Form von Traumata, haben wir Teile von uns selbst abgespalten. Und das ist fatal, denn sie müssen wieder eingesammelt werden. Sie müssen sich wieder miteinander verbinden und sie müssen miteinander reden und kooperieren. Das ist ganz wichtig. Unser Körper befindet sich mit uns im Aufstiegsprozess und an unserem Körper haben die meisten von uns diese aktuelle Welle der Frequenzanhebung des Aufstiegsprozesses auch schon erlebt. Ja, dort konnten wir es bemerken. Viele von uns sind die letzten Wochen, vielleicht sogar noch länger, krank gewesen oder haben körperliche Themen gehabt, mit denen sie sich auseinandersetzen mussten. Manche sind noch mittendrin. Unser Körper weist uns aktuell in diesem Aufstiegsprozess mehr denn je darauf hin, wo wir hinschauen sollen, welche Teile von uns wir selbst noch nicht angenommen haben, welche wir somit abgespalten haben. Er weist uns darauf hin, dass wir uns tiefer mit uns selbst und diesen abgespaltenen Teilen beschäftigen müssen, um sie wieder in die Heilung bringen. Also zu integrieren, ja, wieder in uns zu integrieren und natürlich diese abgespaltenen Teile auch zu heilen und mit den anderen Teilen in Gemeinschaft bringen. Denn wir können sonst schwerlich aufsteigen, wenn da irgendein Teil von uns noch irgendwo rumschwirrt. Vielleicht kann man uns das so bildlich am besten vorstellen. So, unser Körper befindet sich im Aufstiegsprozess und normalerweise hätte der damit auch überhaupt gar kein Problem. Prinzipiell ist das für den Körper ein Klacks, ja, für das Bewusstsein des Körpers. Aber durch diese Zersplitterungen und die feststeckenden Verletzungen und Traumata in unserem Körper, in unserem Zellgedächtnis, ist es für unseren Körper schwierig. Wir tun also für unser eigenes Wohlbefinden auch eine ganze Menge, wenn wir jetzt diese Ebene der Transformation unseres Selbstwertes und unserer Selbstannahme, wenn wir diese mit unterstützen und befolgen. Denn Trauer, Wut, Schock, Ärger, Selbsthass, ja, so vieles steckt in unserem Körper, weil Teile von uns noch nicht geheilt sind, ja. Ich nenne das sehr häufig auch, da stoßen wir so auf unsere Urwunden, ja. Wir haben so viele tiefe Verletzungen in uns und dadurch eben auch ganz vieles von uns abgespalten. Du kennst es bestimmt von dir, dass gewisse Eigenschaften von dir, die kannst du ganz schlecht annehmen. Vielleicht auch gewisse Körperteile von dir, gewisse Verhaltensweisen, gewisse Gefühle, gewisse Gedanken. Ja, und gerade für uns spirituellen Menschen ist das total wichtig, dass wir uns jetzt diesem Prozess sehr bewusst stellen. Denn es ist in unserer spirituellen Matrix sind sehr viele Lügen eingespielt worden, wie zum Beispiel, man dürfe nur glücklich sein und schlechte Gefühle sind schlecht, wie Wut zum Beispiel, ja. Das ist so ein passendes Thema oder Angst wollen wir auch nicht fühlen. Und es sind aber so wertvolle Hinweise für uns, uns genau diesen Gefühlen zu stellen, weil wir dort so viel von uns wiederfinden können, uns endlich wieder lieben können, uns endlich wieder annehmen können, so wie wir sind erst einmal, ja. Uns akzeptieren können und dann natürlich auch uns wertschätzen können. Und sich selbst wertschätzen und sich selbst anzunehmen, da ist ein kleiner Unterschied drin. Der ist nur klein, aber doch sehr relevant, ja. Die Selbstwertschätzung ist etwas, das erfahren wir. Und die Selbstannahme ist etwas, was wir aktiv tun. Das machen wir also, ja. Und somit möchte ich, auch wenn es um Selbstwertschätzung geht, das ist also etwas, was wir erfahren, möchte ich die Selbstannahme mit dazunehmen, weil durch die Selbstannahme geschieht die Selbstwertschätzung, ja. Viele von euch schätzen andere unglaublich wert. Viele von euch sind anderen gegenüber sehr freundlich, sehr wertschätzend, sehr respektvoll, sehr hilfsbereit, sehr wohlwollend, sehr mitfühlend, aber sich selbst gegenüber nicht. Kaum bis gar nicht, ja. Und das muss sich verändern. Also wenn du zu diesen Menschen gehörst oder spürst, manchmal, manchmal habe ich das oder es gibt Teile in mir, die mag ich einfach nicht so gerne, dann ist diese Podcast-Folge für dich genau die richtige und auch die Übung, die ich am Ende mit dir teilen werde. Unsere Selbstwertschätzung und Selbstannahme kooperiert in drei Zyklen, also drei Zyklen, die miteinander zusammenarbeiten. Und der erste Zyklus ist, die eigene Seite von sich zu kennen und zu ihr zu stehen. Kennst du das, wenn du mal in einem Streit so zwischen zwei Stühlen dich befindest, ja, wenn du das Gefühl hast, boah, ich fühle mich hin und her gerissen, ich weiß nicht, zu wem ich halten soll, fühlst dich zwischen zwei Stühlen. Das heißt, du hast das Gefühl, für eine von beiden Seiten musst du dich irgendwie, ja, bekennen. Und das ist damit gemeint, zu deiner Seite zu stehen, dich zu dir zu bekennen, wirklich herauszufinden, welche Position hast du eigentlich, wo stehst du, für welche Werte, für welche Prinzipien stehst du und wie oft verrätst du die, um nicht abgelehnt zu werden, um nicht ausgelacht zu werden, um nicht kritisiert zu werden, um gefallen zu wollen, um dazu zu gehören. Und was ganz wichtig ist, ist die erste Ebene, der erste Zyklus, dass du erst einmal erkennst, wo stehst du und dass du dich selbst mit Wertschätzung, mit Mitgefühl und mit Respekt behandelst. Das ist ganz wichtig, da gehört ganz viel Aufmerksamkeit zu, die eigenen Muster jetzt erst einmal zu erkennen und sie auch zu entlarven, ja, dich wirklich zu weigern, dich abzulehnen oder Teile von dir abzulehnen. Dich zu weigern, dich in Zukunft weiterhin zu verraten, ja, dich hinten anzustellen, um des lieben Friedenswillen vielleicht, ja. Oder weil du alleine dastehst mit einer Meinung, die vielleicht von deinem sozialen Umfeld nicht vertreten wird. Wir haben das in den vergangenen drei Jahren natürlich ganz massiv erlebt, wie schnell sowas passieren kann. Und viele von uns haben sich sehr, sehr allein gefühlt inmitten eines sozialen Umfeldes, was auf einmal eine komplett andere Meinung hatte als wir selbst, ja. Und es kann, da kann man es in großem Stil erkennen und wenn du aber genau hinschaust, wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach häufiger erleben, dass das im Kleinen fast unbemerkt ganz häufig auch passiert, ja. Und du kannst, wenn du genau hinspürst, kannst du auch in dir selbst wahrnehmen, wie so ein innerer Druck in dir entsteht, wenn Menschen eine andere Meinung haben. Wie du merkst, dich selbst zu verlassen, wenn du vielleicht, ja, anders tickst als andere und nett lächelnd den anderen zustimmst, obwohl du komplett anderer Meinung warst. Also mir ging das früher sehr häufig so. Also ich war so ein richtig angepasster Vogel und ich habe mich und meine Meinung und meine Werte, meine Einstellung sowas von verraten, nur um dazuzugehören, nur um nicht abgelehnt zu werden und das war für mich ein großer Prozess, dort Heilung hineinzubringen. Und deswegen spreche ich auch wirklich sehr gerne über dieses Thema mit dir heute, weil es ist so wichtig. Wir können unser Leben nicht selbstbestimmt, selbstverwirklichend leben. Und das ist der ganz große Sinn des Aufstiegs in die Meisterenergie, wenn wir uns verleugnen. Ja, und ich habe vor Jahren eine Entscheidung getroffen, mich selbst mit Respekt zu behandeln und nicht mehr negativ über mich zu sprechen und zu denken und meine eigene Meinung klarer zu vertreten. Das war ein Prozess und das ist manchmal auch noch ein Prozess, je nach Situation. Ja, und es ist völlig in Ordnung, wenn ich mich dabei erwische, dass ich in altem Muster zurückgefallen bin, dass an dem Punkt beginne ich als allererstes damit, das zu akzeptieren und dann schaue ich mir an, was da drunter liegt. Warum tue ich das? Warum bin ich hier geneigt gewesen, mich selbst zu verlassen? Und über diese Bewusstheit gelingt es mir, abgespaltene Teile von mir selbst zu entdecken. Es geht ja erstmal darum, dass wir die auch finden, um sie dann in Liebe, in uns zu integrieren und Heilung geschehen zu lassen und dafür Sorge zu tragen, dass alle Teile in mir miteinander zusammenarbeiten. Ja, das ist ein Prozess, der sich sehr lohnt, angegangen zu werden. Okay, kommen wir zum zweiten Zyklus, der auch sehr wichtig ist. Der zweite Zyklus, sich selbst wertzuschätzen, heißt auch, alle Teile von uns wertzuschätzen. Alle Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse, Handlungen, Träume, Begierden sind ein Ausdruck deines Seins. Es ist erst einmal so, dass es so ist. Und das, was du denkst, fühlst, träumst, welche Bedürfnisse du hast, welche Begierden du hast, deine Handlungen, auch deine Entscheidungen sind ein Ausdruck deines Selbstes, deines Seins. Ja, und da ist es erst einmal ganz, ganz wichtig, dass du dich hier sehr aufmerksam verhältst und diese Teile von dir nicht unterdrückst. Ja, ich weiß, wir alle fühlen nicht gerne Angst, wir fühlen nicht gerne Scham. Ja, wir fühlen uns bei manchen Gedanken und bei manchen Gefühlen wirklich schlecht. Und ein natürlicher Reflex ist es, diese dann weghaben zu wollen, diese zu unterdrücken. Da beginnt allerdings schon der Selbstverrat, ja, und du verstärkst dadurch immer mehr die Abspaltung eines Teiles von dir, der eh schon abgespalten ist, sonst wäre das nicht so unangenehm. Ja, wenn du das kennst von dir, dass dir gewisse Gefühle, Gedanken, Träume, Bedürfnisse, ja, Begierden unangenehm sind, dann liegt es daran, dass ein Teil von dir abgespalten ist. Und wenn du diese Gedankengefühle etc. unterdrückst und verleugnest, ja, im Widerstand damit bist, dann verstärkst du die Spaltung in dir selbst. Und das wird, je stärker die Spaltung, umso länger der Weg zurück. Ja, machbar ist das alles, das ist auch kein Problem, man muss es nur irgendwann mal beginnen. Ja, so, und es ist genau, auch hier der Punkt hinzuschauen, warum fühlst du dich schlecht? Was ist dir da so unangenehm? Und welchen Teil von dir, der sich schon sehr weit von dir entfernt hat, welchen Teil von dir spricht das Unangenehme an? Häufig findest du einen kleinen Kinderseelenanteil von dir. Und ist es nicht unglaublich traurig, wenn wir in unserer Kindheit schon Dinge erlebt haben, die uns so verletzt haben? Oh, kommen ja schon die Tränen. Wenn wir dann als Erwachsene noch hingehen und diese Teile von uns, wenn wir da noch weiter draufhauen und weiter noch in die Spaltung bringen, weiter diesen kindlichen Teilen von uns sagen, du bist so, wie du bist, nicht richtig. Ja, und das ist sehr makaber, was wir da tun. Und das ist so verbreitet, ihr Lieben, das ist so verbreitet. Also Teilnehmer in unserer Ausbildung, das ist immer dieses Thema. Damit beginnen wir immer. Zum Beispiel haben wir zurzeit eine Teilnehmerin in unserer Ausbildung, die hat früher an Selbsthass gelitten. Und sie hat sich schon sehr, sehr, sehr verbessert. Also Selbsthass, also wirklich in radikaler Form, das ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes. Aber da ist noch so viel mangelnde Verbindung zu sich selbst. Ja, da ist noch so viel Ablehnung zu sich selbst. Da ist so viel Hinwendung zu anderen, so viel Hinwendung zu Leistung und besser werden wollen und, und, und. Also da lief ein unbewusstes Schwungrad der Selbstablehnung noch sehr stark. Und wir haben jetzt erst einmal entschieden, dass wir an dem Punkt arbeiten, bevor sie mit der Ausbildung weitermacht. Also wir arbeiten jetzt nicht an der Ausbildung weiter, sondern an ihrer Selbstannahme und ihrem Selbstwert. Das ist so unglaublich wichtig, weil jedes wachstumsorientierte Streben nach besser werden, noch was lernen, wird leider nicht erfolgsversprechend sein, wenn wir die Selbstannahme und die Selbstwertschätzung nicht erreicht haben. Das ist wirklich ein Kartenhaus sonst, welches wir auf Sand bauen. Und das wird uns bei der nächsten Welle oder beim nächsten Sturm, wird uns das unter dem Hintern weggezogen werden. Und das hast du bestimmt schon das ein oder andere Mal erlebt in deinem Leben, dass du mit sehr viel Kraft und Engagement dich hinter etwas gekniet hast und etwas erreichen wolltest und das dir dann zwischen den Fingern zerronnen ist oder es aus welchen Gründen auch immer dann zum Einsturz kam. In Partnerschaften erleben wir das häufig oder im Job oder in der Karriere. Und es ist auch so, dass manche Menschen das erleben, dass sie zwar ganz viel tun und vielleicht ganz viel lernen, aber nicht in die Umsetzung kommen. Und das liegt eben auch daran, dass diese Selbstannahme und dieser Selbstwert einfach nicht aufgebaut ist, dass die zersplitterten Teile nicht zusammengefügt, nicht geheilt und nicht kooperativ miteinander arbeiten und reden. Das ist die Ursache. Und deswegen arbeite ich ja zum Beispiel auch mit meinen Teilnehmern über die Seinspotenziale, welche uns eben helfen, unsere zersplitterten Teile zurückzuholen. Deswegen ist in der Ausbildung auch immer ein wesentlicher Teil, dass wir unsere Urwunden heilen und auch lernen, wie wir das bei anderen tun, sodass wir eben das, was wir lernen in der Ausbildung auch wunderbar anwenden können, wenn wir anderen Menschen helfen wollen. Weil wir können anderen nur helfen, erstmal können wir ihnen nur so weit helfen, wie wir selbst geheilt sind. Und zweitens müssen wir das Fundament ganz klar in Ordnung bringen. Und dazu gehört Urwunder heilen, Selbstannahme, Seinspotenziale leben, damit derjenige überhaupt erkennt, wer ist das eigentlich da in mir, was sind eigentlich meine Stärken? Und wie kann ich die erfolgsversprechend und selbstliebend für mich einsetzen? Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja, und dann kommen wir zum dritten Zyklus, der eben auch für die Selbstannahme, den Selbstwert sehr wichtig ist. Das ist das Verständnis und das Mitgefühl für dich selbst. Ja, du merkst so, die drei, die hängen sehr miteinander zusammen. Sie sind unterschiedlich voneinander zu betrachten, aber sie kooperieren miteinander und das müssen sie auch tun. Ja, also das Verständnis und das Mitgefühl für dich, das ist eine so wichtige Basis. Weißt du, wir machen alle Fehler. Wirklich, wir machen alle Fehler. Und manche Fehler bereuen wir zutiefst. Ja, es gibt Fehler, weil wir schusselig waren, ja, die wir machen oder Fehler, weil wir unwissend waren, weil wir unachtsam waren. Aber es gibt Fehler, die gehen richtig tief. Ja, die sind was anderes als, wenn ich die Hafermilch beim Einkaufen vergessen habe. Ja, es gibt Fehler, die sind tief. Die sind lebensprägend für uns selbst oder auch verletzend für andere und prägend für andere. Ja, und wichtig ist, dass wenn du einen Fehler gemacht hast, dass du sanft zu dir bist. Ja, übernimm die Verantwortung für den Fehler. Das ist ganz wichtig. Es ist wichtig, dass du die Verantwortung übernimmst. Also, ignoriere das nicht weg. Finde nicht ganz schnell einen Schuldigen, ja, eine Erklärung, eine Ausrede. Ja, tu das nicht, sondern übernimm Verantwortung. Und dann, sobald du Verantwortung übernommen hast, geh ins Mitgefühl und ins Verständnis für dich. Ja, also nicht in die Selbstverurteilung, ja, sondern wirklich hinschauen, was hat dazu geführt, dass du diesen Fehler gemacht hast. Was waren deine Beweggründe, so zu handeln, wie du gehandelt hast. Weil darin wirst du ganz häufig abgespalten Anteile in dir finden. Ja, vor allen Dingen, wenn es eben um diese sehr verletzenden Fehler geht. Aber auch bei diesen unbewussten, unachtsamen Keitsfehlern. Das ist auch ganz spannend, ja. Also mach dich mal selber auf die Suche. Musst dir ja A, nicht alles vorkauen und B sind, die leben alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Bewusstseinsstufen. Schau einfach bei dir hin, was du da für dich findest. Und auch hier, ich hatte, wann war denn das, na jetzt irgendwie vor kurzem, mit einer Kundin gearbeitet, die hatte ein sehr großes Schuldgefühl, weil sie in einer sehr belastenden und somit auch sehr stressigen Lebenssituation sehr, sehr, sehr unfair war zu ihrem Kind. Ja, und diese Situation, diese Belastung, die hat sehr lange angehalten und sie war massiv überfordert und war wirklich nicht gut zu ihrem Kind. Und als wir angefangen haben zu arbeiten, wusste ich das mit dem Kind noch gar nicht. Wir haben also daran gearbeitet, dass sie ihre Lebenssituation harmonisiert, dass die Belastung rausgeht, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft, die richtigen Umsetzungen angeht und dass sie innerlich zur Ruhe kommt. Ja, dass sie auch die Überforderung von ihren eigenen Gefühlen besser regulieren kann. Also dass sie ihre Gefühle regulieren kann, dass sie Überforderung rausgeht. Und das ist ganz spannend, so viele Menschen sind überfordert von ihren eigenen Gefühlen. Das ist ein super spannendes Thema. Können wir ein anderes Mal nochmal drüber sprechen. Und als sie dann eben zur Ruhe gekommen ist, ist ihr das erst einmal wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, wie sie mit ihrem Kind umgegangen ist. Und man konnte das auch an dem Verhalten des Kindes, an der Entwicklung des Kindes, auch schon bemerken, dass das Kind völlig durch den Wind war. Und sie war so unglaublich traurig und hat sich so verurteilt und sagte zu mir, ich verstehe überhaupt nicht, wie ich mich so verhalten konnte. Ich liebe mein Kind total. Sagt sie, aber es ist, als wäre ich in dieser Situation, also in dieser Lebensphase, ein anderer Mensch gewesen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sagt sie, ich schäme mich für das, was ich jetzt sage. Aber es ist, als hätte ich die Liebe in der Zeit für mein Kind nicht empfinden können. Ich wollte das empfinden und ein Teil von mir hat, das Kind bestimmt auch geliebt, aber sagt sie, ich war wie Lea. Und warum ist es so wichtig, dass wir uns nicht verurteilen? Und das ist vielleicht auch für alle anderen wichtig, die vielleicht mal einen Streit mit einem Partner haben oder mit einer Freundin haben und wirklich verletzt sind, weil der andere wirklich böse reagiert. Wir dürfen verstehen, dass wenn wir Stress haben, sind wir nicht in der Lage, Empathie zu empfinden. Spannend, oder? Wenn wir Stress ausgesetzt sind, sind wir nicht in der Lage, wirklich Empathie zu empfinden. Das ist, unser Gehirn schaltet dann auf Angriff oder Flucht, ja, und da hat Empathie keinen Platz. Ja. Und das erklärt auch, warum wir in stressigen Situationen in stressigen Lebensphasen anders reagieren, als wir das eigentlich wollen. Und was ist also die Lösung? Die Lösung ist herauszufinden, was stresst dich. Und interessant ist, du kommst wieder bei den abgespaltenen Teilen von dir aus. Ja. Bei dieser Kundin oder auch bei anderen Menschen, die ich begleite, sind es häufig Existenzängste, Verlassenheitsängste, das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ja, kennst bestimmt einiges von, ja. Das Gefühl, minderwertig zu sein, unfähig zu sein, dumm zu sein, nicht schön genug zu sein. Spannend, das sind alles Dinge, die können massiven Stress auslösen, ja. Und viele Menschen stehen unter Dauerstress. Nicht nur der berufliche Stress und der Terminstress. Es gibt eben auch diesen emotionalen Stress. Es gibt übrigens auch positiven emotionalen Stress, ja. Wenn wir, wenn wir, wenn wir eine hohe Erregung fühlen, eine hohe Freude fühlen, unser Herz überläuft vor Liebe. Interessanterweise, ja, ist das, ist das auch Stress, den können wir, aber eben einfach, der fühlt sich anders an, ja. und, aber auch da kann das fast überlaufen. Also bei mir, wenn ich positiv Freude und Liebe fühle, dann kann das schon mal sein, dass ich anfangen muss zu weinen, ja. Weil mein Fassungsvermögen dann einfach nicht mehr ausreicht und das macht, das ist ein Stressfaktor und dann läuft, laufen meine Gefühle über und damit das entlastet wird, das ist mein System, fangen meine Augen an zu tränen und zu weinen und dann, dann beruhigt sich der Stress, ja. Und, ähm, aber auch da bin ich dazu übergegangen, dahinter zu schauen, also einmal bei den negativen Stresssituationen, aber auch bei den positiven Stresssituationen, was führt dazu, dass ich das gerade schlecht halten kann, ja. Und dahinter finde ich natürlich Teile von mir, die integriert werden wollen. Und deswegen habe ich heute gesagt, zu Anfang dieser Podcast-Folge, Selbstannahme und Selbstwertschätzung ist jetzt ein sehr relevanter Bereich, in dem das Bewusstsein eine tiefgründige Transformation anstrebt. Denn es geht so viel tiefer, als einfach nur oberflächlich sich selbst anzunehmen oder sich selbst wertzuschätzen. Es geht so viel tiefer, es ist auch hier wieder Arbeit an uns selbst und, ähm, auch wenn wir in der Zeit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne und der Zeit des Höher-Schneller-Weiters, in der Zeit der Verrücktheit auf unserer Welt, ja, ähm, wirklich alles andere vielleicht wollen, als tiefer an uns zu arbeiten, ist es jetzt eben an der Zeit, es doch zu tun. Und wir haben eben die Verantwortung dafür. Und ich würde ganz gerne mit dir jetzt eine Übung teilen zum Abschluss, die ist sehr, sehr wertvoll. Hör bitte bis zum Ende zu. Ähm, weil da habe ich dann auch noch mal ein Was ist wenn eingebaut, ja. Ähm, wenn du diese Übung wirklich nur zwei Minuten am Tag machst, sagen wir mal 14 Tage lang, oder von mir ist es auch drei Wochen, ja, kannst du auch jeden Tag machen, aber der Meinung bin ich so, nach 14 Tagen bis drei Wochen solltest du relevante, äh, signifikante Unterschiede zum Jetzt feststellen können, ja. Also, stell dich jeden Morgen vor einen Ganzkörperspiegel, ja. Ob mit Kleidung oder ohne Kleidung, das entscheidest du selbst. Sinnhaft ist es ohne Kleidung oder mit Unterwäsche, ja. Aber das ist, bleibt deine Entscheidung, es geht auch bekleidet. und betrachte deinen Körper, also schau dich an. Und hier geht es nicht um das oberflächliche Betrachten, ja, was habe ich an oder wie sehe ich aus, sondern schau wirklich tief, wer steht da vor dir in dem Spiegel und vor allen Dingen, was fühlst du? Es ist sehr verbreitet, dass Menschen es schwer aushalten können, sich länger, also zwei Minuten, im Spiegel zu betrachten. Sie halten das ganz schlecht aus und es ist wichtig, dass du für dich mal schaust, wie hältst du das aus? Was empfindest du, wenn du dich anschaust? Was empfindest du bei gewissen Körperstellen, die du anschaust? Bist du in der Lage, dich so anzunehmen, wie du bist? Du bist so, wie du bist, nicht nur seelisch und psychisch, auch körperlich, ja? Bist du in der Lage dazu, nimm Kontakt zu dir auf, fühlst du dich wohl damit oder fühlst du dich unwohl? Fällt es dir schwer, deinen Körper länger zu betrachten? Welche Gedanken kommen dir? Was auch immer du fühlst, was auch immer da in dir los ist, tritt dann, wenn du dich beobachtet hast, was da in dir los ist, näher an den Spiegel heran, schau dir tief in deine Augen, nimm wirklich Kontakt über deine Augen mit deiner Seele auf und sage einen Satz ähnlich wie den, den ich dir jetzt vorschlage. Du kannst es natürlich umformulieren. Der Satz, den ich dir vorschlagen möchte, wo ich dich einladen möchte, lautet, was auch immer ich an mir kritisiere und ablehne, ab heute akzeptiere ich mich so wie ich bin. Voll und ganz. Du kannst auch ein bisschen Humor da reinbringen, ja, was auch immer ich bisher an mir abgelehnt habe und kritisiert habe. Linda sagt, es wäre echt eine verdammt gute Idee, mich voll und ganz so zu akzeptieren, wie ich bin. Ja, das ist ein, wenn du, wenn es dir also schwer fällt, wenn du das Gefühl hast, oh, ich glaube mir den Satz nicht, ja, dann bring ein bisschen Humor rein, ja. Du kannst also selbst mal variieren, welcher Satz für dich gut passt, ja. Humor entlastet, ne, das ist der Stress, wenn wir lachen, wenn wir Humor haben, dann wird Stress entlastet und ein Widerstand gegen diesen Satz oder das Gefühl, ich kann den nicht so richtig annehmen, es ist wieder Stress. Es ist ein unterschwelliger Stress und wenn du vielleicht den Humor mit reinbringst, dann kannst du das besser annehmen und vielleicht magst du ja mal deinen Satz reinposten, wie du ihn für dich kreiert hast, wenn du möchtest, ja. Aber wir kommen jetzt noch zu etwas Wichtigem, ja. Verstehen müssen wir, dass wir nur etwas wandeln und verändern können, was wir vorher angenommen haben, ja. Wenn wir mit etwas in Widerstand sind und uns wünschen, dass das sich ändert, ja, zum Beispiel, du bist schüchtern, du willst die Schüchternheit loswerden, dann musst du erst die Schüchternheit annehmen, bevor sie sich verändern kann. Vorher geht das nicht, ja. Und wenn du unsicher bist, ja, musst du deine Unsicherheit annehmen, ja. Wenn du dich dumm fühlst, musst du erst mal annehmen, dass du dich dumm fühlst, ja. So. Wenn du dich kritisierst, musst du erst mal annehmen, dass du dich kritisierst, damit du das wandeln kannst. Und es ist aber möglich, dass ein Teil von dir das Gefühl hat, es ist mir unmöglich, etwas anzunehmen. Also wenn du in dir einen so starken Widerstand spürst, das, was du wandeln möchtest, also annehmen möchtest, voll und ganz dich annehmen möchtest, dass dir das absolut nicht gelingen will, dann kannst du folgenden Trick anwenden. Dann akzeptiere den Widerstand. Dann kannst du zum Beispiel den Satz so formulieren. Warte mal eben kurz. Was auch immer ich an mir kritisiert und abgelehnt habe, ich akzeptiere, dass ich im Widerstand bin, mich voll und ganz zu akzeptieren. Ich akzeptiere, kann man auch ganz simpel machen, ich akzeptiere, dass ich im Widerstand bin, mich voll und ganz zu akzeptieren. Und wenn du ein richtig harter Knochen bist, ein richtig harter Knochen, dann, und du sagst, nee, ich kann das nicht akzeptieren, dass ich das nicht akzeptiere. Dann sagst du, ich akzeptiere, dass ich nicht akzeptiere, dass ich mich nicht voll und ganz akzeptieren kann. Ja, zieh das Ding so hoch, bis du echt schon über dich lachen musst. Ja, und ich habe das wirklich mal gemacht, mit einer Teilnehmerin, die hat, oh, das war echt, das war noch eine sehr junge Teilnehmerin und sie war so im Widerstand mit sich selbst. Sie hatte echt, die hat aber auch echt ein hartes Päckchen gehabt und die hat wirklich die gesamte Ausbildung, die war so im Widerstand mit sich und dadurch auch mit der Ausbildung und hat immer irgendwie versucht, mir so den Buhmann zuzuschieben, weil sie ihre Dinge nicht gelöst gekriegt hat. Ja, weil die Ausbildung verspricht, dass du deine Dinge löst. Ja, und das war natürlich wütend. Und es war wirklich, es war so ein heißer Ritt, ja, bis wir dann wirklich das dann angewandt haben und gesagt haben, akzeptiere, dass du es nicht akzeptieren kannst, dass du dich nicht akzeptieren kannst. Ja, und damit, also wirklich auch mit dieser Spiegelübung und damit kam Ruhe rein und es hat sich so innerhalb von 14 Tagen, hat sich das komplett aufgelöst und sie kam freudestrahlend und sagte, oh mein Gott, ich bin durch und jetzt fällt alles auch, was sie vorher gelernt hatte, auf fruchtbaren Boden und hat dann also wirklich einen super Sprung gemacht. Das war schon echt spannend. Also, wenn du Lust hast, ich möchte dich einladen, diese Themen anzugehen, weil sie sind jetzt ein sehr relevanter Teil unseres Bewusstseinsaufstiegs. Nochmal die Erinnerung, wenn du die vergangenen zwei Folgen, die zu dieser Serie gehören, verpasst hast, hör sie dir gerne noch an. Ich verlinke dir die Playlist im Text zu diesem Podcast und in der nächsten Podcast-Folge, ich muss mal eben schauen, ich habe es mir aufgeschrieben, In der nächsten Podcast-Folge geht es um Selbstbestimmt Leben, auch ein sehr spannendes Thema, auch wieder sehr tiefgründig. Kommentier mal bitte, wie dir diese aktuelle Folge gefallen hat. Wenn dich das Thema generell interessiert, denk immer dran, das Video auch zu liken, Kanal zu abonnieren, Glocke zu aktivieren. Folge mir auch sehr gerne auf Instagram, dort bekommst du immer wieder zentrierte Tipps von mir für dein persönliches Bewusstseinswachstum. Nochmal die Einladung, 28.11.11 Uhr, die Live-Show, bist du herzlich eingeladen. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Reise zu deinem Selbstwert und zu deiner Selbstannahme in Liebe. Das Aller-Allerschönste für dich, deine Schwester im Geiste, deine Linda. Das Aller-Allerschönste für dich, Das Aller-Allerschönste für dich, deine Linda. Das Aller-Allerschönste für dich,